Musik Herzlich Willkommen im Holzer Saal, dem Prunksaal der Sommerresidenz Eichstätt. Auch 2017 bringen wir Ihnen wieder phänomenale Musik in diesen Raum. Musik Und diesen? Der Spiegelsaal der Residenz Eichstätt. Von hier wird der Bayerische Rufung sein sonntägliches Tafelkonflikt live im Radio senden. Bei uns findet Musik in barocker Architektur ihren Platz. In diesem Jahr legen wir unseren Schwerpunkt besonders auf das 17. Jahrhundert. Relativ unbekannte Musik von Heinrich Egerz, Franz Biber oder Purcell stehen auf dem Programm. Aber auch in diesem Jahr gehen wir mit unserem Programm weit in die Wiener Klassik hinein. Kammermusik von Mozart, Heiden und Beethoven. Wir freuen uns sehr, dass das Musikfest Eichstätt auch in diesem Jahr wieder sehr international aufgestellt ist. Zu Gast sind das Schweizer Barockorchester Les Passions de Lame mit seiner phänomenalen Konzertmeisterin Meret Lüthi, das Trio La Flamme, die Hofkapelle Schloss Seehaus, die uns die Musik der Familie Bach vor Johann Sebastian nahe bringen wird, und die englische Sopranistin Joan Lund mit dem fantastischen Cembalisten Lars Ulrich Mortensen aus Dänemark. Entdecken Sie mit uns in Eichstätt alte Musik neu. Applaus 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 Vielen Dank.